Guten Morgen. Was spinnst du? Du kannst doch gleich den Hund mitbringen, wenn der Chef den sieht. Ist doch nur eine Ausnahme. Der hat doch gar nicht mit. Komm, mach's jetzt. Hi. Ich kann Ihnen das erklären. Ich hab da nochmal nachgefragt. Das ist letzte Woche an Sie rausgegangen. Wiederhören. Guten Morgen, Chef. Ich muss hier... Ich tipp hier das noch ganz kurz zu Ende. Ist hier trockenluft. Ich muss was trinken. Heute ist Donnerstag. Morgen ist Freitag. Ach, und wegen letzter Woche, da war ich krank. Wer ist da? Mutter. Du sollst mich doch nicht auf der Arbeit anrufen. Verbrennende. 원�ag, bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.